Hallo liebe Kinder! Die Schöpfung ist zwar noch nicht zu Ende und die ist auch so wahnsinnig schön, aber wir machen jetzt eine kleine Pause, denn es geht mit dem Kirchenjahr weiter. Himmelfahrt und Pfingsten! Wir sind gerade dabei, die Geschichte von Himmelfahrt zu filmen. Und wir haben lange gesucht, wo denn eine schöne, ruhige Stelle ist und sind hier bei der evangelischen Kirche fündig geworden. Die Vögel singen so schön und da seht ihr, sind die ganzen Jünger im Gras. Es ist ein wunderherrlicher Tag. Und vielleicht spickele ich jetzt gleich nochmal und gucke, ob die Kirche jetzt endlich offen ist. In Himmelfahrt gibt es immer Gottesdienste oben auf dem Berg. Wir haben einen schönen Berg. Schaut mal! Wenn ich so aus meinem Homeoffice-Fenster rausschaue, dann sehe ich den Berg fast gar nicht mehr. Da oben ist eigentlich auch noch ein Baum. Ich glaube, den sieht man auch nicht. Heute ist ganz schön schlechtes Wetter. Aber an Himmelfahrt war es ja irgendwie auch so, dass plötzlich ganz viele Wolken kamen. Ich wünsche euch, egal was für ein Wetter ist, einen schönen Himmelfahrtstag und ein schönes langes Wochenende, wenn ihr denn eins habt, eure... Nein, habt ihr nicht. Freitag ist Schule. Eure Frau Lila. Eure Frau Lila. Ey, es ist nicht so. Und jetzt ist's dir next ein Hammer. T sibling hat das Mal schon herausgefunden. T well, jetzt w�이크her. Und jetzt ist es달e, dass sie auf das Buch her securities потр replicate, wird es auch venir. Da kommt, bäh franchise auf durch die Lust. Und jetzt seid mitsequ LG Squw.